Mein Name ist Stefan Bernhard, mein Name ist Matthias Kuhlmann und dank der großzügigen Unterstützung des Bonifatiuswerkes können wir in den kommenden zwei Jahren in den ostdeutschen Diözesen für die Malteser Jugend Gemeindesanitätsdienste aufbauen. Wir möchten für Fahrgemeinden ein neues spannendes Angebot schaffen, in dem Jugendliche aus dem Glauben heraus als Christen in Aktion treten können.